Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Marvineske Immobilien. Wir stellen euch heute den Frankfurter Stadtteil Braunheim vor. Dieser liegt im Nordwesten von Frankfurt, etwa 6 Kilometer nordwestlich der Frankfurter Innenstadt und hier wohnen ca. 16.700 Einwohner. Braunheim wird von zwei Autobahnen durchzogen, der A66 und der A5. Außerdem hat Braunheim drei große Ausfallstraßen, die Braunheimer Landstraße, die Ludwig-Landmannstraße und die Herrstraße. In Braunheim gibt es zwei U-Bahn-Haltestellen sowie mehrere Buslinien, die den Stadtteil unter anderem mit der Frankfurter Innenstadt verbinden. Neben zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und einer tollen Infrastruktur gibt es in Braunheim auch das Krankenhaus Nordwest. Auch die Naturliebhaber kommen in Braunheim voll auf ihre Kosten, denn Braunheim liegt am Nordufer der Nedder. Außerdem gibt es in Braunheim den Volkspark Neddertal, kurz Nedderpark genannt. Dieser ist mit 168 Hektar die größte und meistbesuchte Grünanlage in Frankfurt und nach dem Stadtwald Frankfurt sogar die zweitgrößte Grünfläche.